Musik Wozu wird ein Heizfangrahmen mit Schwenkgatter benutzt? Die Einrichtungen, die eignet sich besonders zum Fixieren von Einzeltieren, die Abkalbehilfe brauchen. Das heißt, der Landwirt, der die Abkalbebox betritt und merkt, hier ist eine Kuh, die braucht Abkalbehilfe, der kann hier alleine und sicher das Einzeltier fixieren und kann dann Abkalbehilfe leisten. Im Anschluss ist das Schöne an diesem Schwenkgitter, die Kuh bleibt weiterhin fixiert, so kann er dann im Anschluss das Tier auch gegebenenfalls melken und das Kalb mit Cholestralmilch versorgen. Neben der Abkalbehilfe ist natürlich die Einrichtung auch dafür geeignet, dass rektale Untersuchungen vorgenommen werden können oder auch gegebenenfalls der Tierarzt seitlich ans Tier muss, um gegebenenfalls das Tier abzuhören, ob gegebenenfalls eine Lab-Magen-Vertrehung vorhanden ist und der Tierarzt dann eben tierärztliche Hilfe leisten muss. Musik 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 Musik